Er ist heilig, doch predigt er nicht. Man hört ihn sprechen, wenn man ihn verstehen will. Der weise Wald mit Rat und Tat an deiner Seite. Die Naturgesetze sind geschrieben in deinem Herzen, wenn du es hören magst und offen bist für das. Es gibt keine Angst, denn es kommt, was kommen muss und wie es soll. Geschrieben vom Weg des Lebens. Was immer in deinem Herzen du suchen magst, die Liebe haben wir, als wir kleine Kinder waren, im Herz gehabt. Liebe von ganzem Herzen und du bist glücklich. Liebe den Baum und den Himmel, die Erde und die Tiere. Liebe dich wie auch deine Nächsten. Lass deinem Herzen den Raum und es wird sich öffnen, um zu heilen. Am 24.06. gehen wir in den Wald. Es findet das Waldtauchen statt im Zürcher Oberland. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Geschichten der Bäume, die Ethnopotanik, die Verbindungen zu uns Menschen und allen Wesenheiten. Ich freue mich.